So, ganz kurz den Cut ein bisschen verpasst, das ist nichts Neues. Ins Neter könnten wir eigentlich auch mal wieder gehen, ne? Aber ich weiß halt immer nicht so richtig, was ich dort will. Ich meine, da gibt es nichts, was für mich irgendwie relevant wäre. Klar, Quarz einerseits, andererseits vielleicht auch den Clowstone, um mal wieder ein paar Laternen oder so zu bauen. Aber sonst, ja, was will ich im Neter? Ja, da gibt es auch nichts Cooles. Switch. Andererseits bin ich halt am überlegen, ob ich den Stoll dann mal in diese Richtung hier bauen werde. Einfach in die Richtung weitermachen, so wie ich es in der anderen Richtung schon gemacht habe, damit wir hier nicht jedes Mal so lange, lange rennen, rennen, rennen. Achso, weil ich gerade das Thema Rennen anspreche, bevor ich wieder hier hochrenne, werde ich nochmal schnell hier meinen Cobblestone verbraten, weil ich habe ja immer noch genug davon. Ich habe ja auch so viel inzwischen. Ich nehme den jetzt einfach nochmal mit, aber letztendlich. Ach, Erde, was ist da? Komm. Zeige ich doch den an, der sieht mit durchgehauen. Ist egal. Ist egal. So, ein Problem an diesen ganzen Minecraft-Folgen ist, man isst relativ zeitig Abendbrot, damit man dann ein paar Folgen hinterknüppeln kann. Jetzt spielt man dann so zwei, drei Stunden, kriegt wieder Hunger. Ist aber eigentlich gleichzeitig auch wieder die Zeit, wo man eigentlich schon ins Bett gehen würde und so kurz vorm Schlafengehen noch was essen. Ist nicht unbedingt zweckmäßig. So, Granit, Diorit. Ja, und das ist hier zum Beispiel das Neterzeug, was ich damit ansprach. Neterwarze, Kloster und Staub. Den ganzen Spaß halt. Kloster und Staub, ich werde mal noch eine Laterne bauen. Ich weiß gar nicht, ob das so ging. Einfach nur den Kloster und Staub zusammensetzen. Nee, das war gar nicht so. Wie ging das denn? Wie war das denn? War das nur so? Ach, ja, na klar, das war nur so. Mensch. Cool, okay. Ach komm, da bauen wir noch ein paar. Können wir ja verkraften. Weil ich nämlich mal da draußen diese eine Laterne... Was war das? Ach, Ton. Ja, Ton. Diese eine Laterne, die würde ich ja gerne mal... in Gesellschaft hegen. Das ist jetzt gerade mal so noch was, was mir eingekommen war zwischendrin. Dazu brauche ich eine Spitzhacke. Ich komme nicht mehr in mein Lager. Spitzhacke. Ach, eine. So. Nee, die eine, die hatte ich hier so hingebaut und... Hm. Keine Ahnung. Zehn. Ah ja, genau. Das werde ich mal so machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und hier dann die nächste hin nach vorne. Drei hoch habe ich die gebaut. Eins, zwei, ach so. Das wird jetzt wahrscheinlich gar nicht, doch ich habe hier Kies. Ach, ich habe hier Kies. Kies ist das wieder schön, dass ich den mal brauchen werde. So. Zack, hier einfach so ein paar Laternen halt immer mal in regelmäßigen Abständen bauen. Wenigstens auf dem Weg. Das wäre, glaube ich, ganz cool. So, immer zehn Blöcke dazwischen. Und dann wieder ein Laternen, ist es okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und der Erste wird wieder weggehackt. Und es kommt wieder ein Laternen. Eins, zwei, drei, und wieder eine. So, wäääh. Alter, die Katze, ne? Die gräbt hier irgendwas um. Das regt mich so auf, ehrlich. Im Hintergrund ständig unten gibt es Nacke und Genussbar. Boah, da könnte ich austicken. Entschuldigung, kann nichts dafür. Es ist nur eine Katze, ja, aber... Boah, das geht nicht so auf den Zeiger. So. Das ist jetzt nur hier, weil das fließende Wasser hat mich irgendwie irritiert hier unten. Das mache ich mal schnell noch zu. Da fehlt mir jetzt genau wieder ein Zaun, weißt du? Ein Zaun fehlt mir wieder. Mann! Kann ich den nicht irgendwo klauen? Ne. Ne, ne, ne. Den holen wir uns mal. Alter, was? Komm, auf hier. Jetzt komme ich nie in mein Lager rein. Holz. Holz. Oh, habe ich's? Ne. Ja, Zaun. Hm. Hm. Hä? Was? Was? Was mache ich denn auch immer wieder fort mit diesen Stöcken? Ich muss doch auch Holzbretter dazu nehmen. Mein Gott. So. Wo sind jetzt die Stöcke wieder hin? Oh, ich seh die immer nicht. So. Ach, was. Andersrum, Mensch. Andersrum. So. Mensch. Jetzt. Eieiei. Man ist aber auch unkonzentriert. Jetzt langsam. Langsam. So. Da haben wir ruhig mal ein bisschen auf Vorrat. Das schadet nicht. Wir sind los tun. Da könnte man ja theoretisch noch ein paar mehr Laternen machen dann, wenn ich jetzt einmal gerade da am Bauen bin. Ja, die kann man ja jederzeit erschaffen und ich habe ja auch genug von diesem Kloster und gerade dabei. Da könnten wir noch ein paar von diesen Laternen hier hinbauen und das ist glaube ich auch kein Fehler. Wie ich finde. Mir ist gerade aufgefallen, dass da nur eine Fackel an meiner Haustür ist. Da kann eigentlich auch noch eine zweite mit dran, ne? So. Ich weiß nicht. Entweder ist die mal irgendwie abhandengekommen oder war ich da selber. Ach, weiß der Fuchs. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn. Und der elfte wird wieder eine Laterne. Eins, zwei, drei. Und der Close-Tone oben drauf. So. Die kann weg. Und hier hinten werde ich mal noch ein bisschen was performen. Weil ich nämlich da vorne auch noch ein kleines bisschen Gradlinigkeit reinbringen will. Das mit der Erde war jetzt eigentlich nur so als Übergang gedacht. Die Erde brauche ich theoretisch gar nicht. Mäckling ist wirklich nur um den Sand. Damit ich das hier noch so ein bisschen auffüllen kann. Sonst sieht das so schäbig aus, wenn es da hinter dem Bordstein, hinter dem vermeintlichen Bordstein gleich so runter geht. Das finde ich jetzt auch nicht so geil. Ja, und den Strand hier, da können wir uns ja bedienen. Da habe ich ja sowas von viel Sand hier am Start. Den können wir uns ja immer mal so peu a peu abtragen. Vielleicht auch so, dass ja mal irgendwann kein Berg mehr ist, sondern dass das alles eine klare Fläche ist. Wo wir vielleicht auch mal noch was bauen können, was auch immer. Aber den Berg hier so ein bisschen mit weg machen. Das kommt auf jeden Fall mal in Frage. Terraforming, ne. Da wo früher Berge waren, sind plötzlich Häuser. Ja. Und so weiter. Ich würde gerade sagen, da wo früher Häuser waren, sind jetzt Berge. Aber das ergibt irgendwie null Sinn. Außer den künstlichen Berg hier, den wir da drüben gemacht haben. Den wir ja an der Stelle auch noch ein bisschen verbreitern könnten. Und hier den Fluss einfach dort abschneiden. Und einfach mal nicht großartig mehr da fließen lassen. Ach, komm. Ist auch wieder gut jetzt.